Hallo und willkommen zurück zu Zombieser. Ich habe mir jetzt hier die ganze Nacht ein Os gedrückt. Und tagsüber sieht das Ganze so aus. Ich glaube, man muss gar nicht so oft darauf rumdrücken, wie ich das getan habe. Ich denke, dass das fertig ist. So soll das aussehen. Und jetzt werden wir es einfach mal ausprobieren. Ich werde jetzt hier runterjumpen. Jawohl. So sieht der Sumpf dann trockengelegt aus. Ich weiß gar nicht, was ist denn das da hinten für eine Hütte? Kann ich jetzt hier auch durchs Wasser? Okay, das geht nicht. Das war nach wie vor im Arsch gekniffen. Okay. Ich wollte eigentlich mal da vorne hin, weil ich nicht weiß, ob wir da schon waren. Dann halte ich mir erstmal die ganzen Verbände hier rein. Also Wasser nach wie vor. Nö. Aber wurde hier ja einiges freigelegt. Ich will nur wissen, ob man in die Hütte reinkommt, weil da konnte man ja vorher nicht rein. Ja, genau. Und da werden wir dann weitergehen müssen, vermutlich. Oh, das Ding liegt noch im Wasser. Oh, ich will trotzdem mal da rein. Ah, es geht. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwelche... ...Rigs drin sind. Und da ist mir jetzt noch was drin, ne? Nimm mich da glatt mit. Freibladen noch. Okay. Das war's, ne? Höher... Ah doch, da ist noch eine Treppe. Das schauen wir auch noch mal. Und dann... So, ist mir so eine Art... ...Wollkönchen, ne? Okay, nee, ist hier nicht. Dann haben wir alles gesehen. Dann werden wir jetzt mal in die Richtung da latschen, würde ich sagen. Jürgen ist auch schon ganz geil drauf. Komm, Abmarsch, Jürgen. Wir haben's geschafft hier. Gucken wir hier auch nochmal hoch. Hier ist nichts. Mal gucken, wo wir als nächstes hinkommen, ne? Ach ja, ich hab vergessen. Er ist ja erstmal Paul. Er muss hier. Er kann ja nicht ohne das Geschnaufe. So. Ah, man kommt hier hoch. Kommt man jetzt aus dem Loch hier wieder raus, oder was? Dass das hier wieder einstürzt. Und Jürgen nicht mitkommt, das wäre natürlich Katastrophe. Wo ist der? Er braucht ewig. Komm, komm. Gib Gas. Warte hier extra nicht, dass das einstürzt. Ja. Ja, komm. Okay. Das sieht wirklich so aus, als wenn wir hier nochmal rauskommen würden. Aus diesem Tal. Wir laufen einfach mal hier den Weg entlang. Ah, ich hab ne Vermutung, wo wir hier sind. Ich glaube, ich weiß, wo wir hier sind. Tatsächlich, da ist der Zug. Ja, okay, ne? Ja. Da wissen wir Bescheid. Und ich kann hier einfach runter, oder was? Und er kommt mit? Okay. Komm, Jürgen, Alter. Ich wusste gar nicht, dass du fliegen kannst. Tatsächlich, dass wir den Zug nochmal wiedersehen, ist ja unglaublich. Ja, schön. Da haben wir ja alles geschafft. Sozusagen, ne? Könnte man natürlich den Zug noch ein bisschen ausbauen und so, aber ich denke, das ganze Prozedere, das sparen wir uns. Wenn dann doch noch mehr Content da ist. Mal schauen, wann wir da weitermachen, vielleicht. Warten wir auch, bis das Spiel komplett durch ist. Dass man dann da mehr Zeit reinballert. Gesehen haben wir alles. Wir könnten halt den Zug noch ausbauen, aber... Das ist jetzt auch nicht gerade das... Das Tollste. Aber weiter können wir nicht mehr. Aber man kommt nochmal raus aus dem ganzen Kram. Das hätte ich auch nicht gedacht. Bin ich schon wieder nice. Ja gut, ne? Ich würde mal sagen, da haben wir soweit alles gesehen. Das waren kleine, kleine, feine, runde, aber was soll's. Wie gesagt, wenn ihr beim Generator seid, ihr braucht da nicht hundertmal drücken. Ihr müsst die Zombies überleben. Und einfach nur schauen, dass unten ein bisschen Wiese zu sehen ist und die Sache ist erledigt. Ich habe da die halbe Nacht drauf gedrückt, weil ich dachte, dass... Erstmal habe ich nichts gesehen und ich dachte, ja, es... Findet er irgendwie alles, aber es bleibt ja der Rest da. Naja, klasse. Dann war das nur eine kleine Runde hier. Aber was soll's. Wir haben alles gesehen. Ich sag mal, danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns entweder, wenn's neuen Content gibt hierfür oder wenn's Spiel komplett durch ist, dass ich's dann nochmal anfasse. Ja, danke fürs Zusehen. Ja, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke. Ja, danke. Untertitelung des ZDF, 2020